So, zweiter Teil des Rückblicks geschehen rund um ETCS bei der Deutschen Bahn im Jahr 2020. Und wir steigen auch sofort nahtlos wieder ein. Im November 2020 gab es dann für mich eine Überraschung. Es gab nämlich plötzlich ein Lebenszeichen von der Investitionsruine Projekt Seerobbe. Also die Streckenertüchtigung Großstok-Berlin. Da wurde dann nämlich plötzlich die Ertüchtigung der vorhandenen elektronischen Stellwerke im Abschnitt zwischen Kabelsdorf und Nassenheide für ETCS Level 2 ausgeschrieben. Und das fand ich insoweit bemerkenswert. Wir erinnern uns an mein Video von vor einem Jahr. Da hatte ich diesen nationalen ETCS-Umsetzungsplan für Deutschland gezeigt. Die Situation war ja, dass es zwischen Kabelsdorf und Nassenheide eine Investitionsruine ETCS Level 2 gab. Hatte damals die Firma Ansaldo errichtet, ist nie in Betrieb gegangen. Und im nationalen Umsetzungsplan stand dann, dass also stattdessen eine Level 1 LS Strecke dort errichtet werden sollte. Jetzt kann man wahlweise sagen, entweder war das hier von Anfang an, was hier steht, im nationalen Umsetzungsplan Fake News. Oder es ist zu einer Rolle rückwärts gekommen, dass Kabelsdorf und Nassenheide dann jetzt doch wieder als Level 2 Strecke errichtet werden soll. Mal eben als Hintergrundinfo, worum geht es, wenn im Rahmen von ETCS-Projekten die Rede ist von Anpassungen an elektronische Stellwerken. Also es ist so, dass bei ESTWs, wenn die etwas älter sind, dann möchte das Eisenbahnbundesamt, dass da bestimmte Anpassungen an den heutigen Stand der Technik vorgenommen werden. Weil durch die Fortschreibung der Planungsregeln in den letzten Jahrzehnten ist es dazu gekommen, dass einige Sachen, die früher bei der Errichtung der signaltechnischen Außenanlagen erlaubt waren, dass die heute als Sicherheitsrisiko gesehen werden. Und diese Sicherheitsrisiken möchte also das Eisenbahnbundesamt weg haben, bevor dort ETCS eingeführt wird. Da geht es zum Beispiel darum, dass in der Gleisfreimeldeanlage sogenannte Eingangsabschnitte fehlen. In dem Zusammenhang gab es, glaube ich, im Bahnhof Hürth Karlscheuren irgendwie vor einigen Jahren einen Unfall, dass der Fahrdienstleiter verwirrt war, weil es keinen Eingangsabschnitt gab. Details müsste ich allerdings erst recherchieren. Dann solche Sachen, dass zum Beispiel die Freimeldegrenzen der Gleisfreimeldeanlage sich nicht auf Höhe eines Signals befinden, sondern irgendwo anders. Das wird heute auch als Sicherheitsrisiko gesehen, wenn ein Durchrutschweg ohne separate Gleisfreimeldung ist. Und dann auch so Sachen, wo ist eigentlich genau die Stelle, an der ein Signal dann hinter dem durchgefahrenen Zug auf Halt fällt. Und dann, wenn man schon mal dabei ist, dann kann man auch bestimmte Dinge dann direkt auf die Bedürfnisse des ETCS Level 2 dann zum Beispiel optimieren. Zum Beispiel Gefahrpunktabstände oder auch die Vorbereitung auf das Fahren nach fahrdynamischen Restriktionen, also die Dunkelschaltbarkeit von Hauptsignalen. Das ist letztlich dann eben auch eine Anpassung des elektronischen Stellwerks. Es darf nach den Planungsregeln für ETCS Level 2 keine Gleise im Bahnhof geben, an denen man nicht auf irgendeine Form von Signal HP0 trifft. Zur Not eben an so einem kleinen Schotterzwerg. Das reicht dann schon, aber es muss eben irgendetwas vorhanden sein. Und dann zum Beispiel auch solche Sachen wie Zugdeckungssignale. Die sind in der ETCS-Welt für die Zentrale ein bisschen problematisch. Besser ist es, wenn es ein richtiges Hauptsignal dann am Bahnsteig gibt, also ein Zwischensignal, was den Bahnsteig unterteilt. Oder auch, wenn wir fahrwegabhängig bedingte ETCS-Ausstiege haben, wenn die dann an einem Mehrabschnittssignal stattfinden, also ein Signal, was auch gleichzeitig Vorsignalfunktionen hat, das ist auch ein bisschen hakelig. Das sind also Beispiele für Sachen, die sind nicht unbedingt sicherheitsrelevant, wie diese Befindlichkeiten mit der Gleisfreimeldeanlage, die ich zuerst genannt hatte, aber doch nice to have, wenn man also ETCS einführt. Und wenn man sowieso schon dabei ist, das elektronische Stellwerk einmal auf links zu drehen, dann kann man das dann bei dem Softwarewechsel gleich mit erledigen. Der digitale Knoten Stuttgart, alias Stuttgart 21, das ist kein reines ETCS-Projekt, sondern ein Gesamtpaket Ausrüstung der neu gebauten Bahnanlagen von Stuttgart 21 mit Leit- und Sicherungstechnik in Form von digitalen Stellwerken plus eben ETCS-Level 2. Das wurde im Jahr 2020 an die Firma Thales vergeben. Wir erinnern uns vielleicht etwas grinsend an das Video von letzter Woche. Thales ist die Firma, die im Moment Schwierigkeiten hat, die ETCS-Streckestelle Lüneburg in Betrieb zu nehmen, weil es derzeit keine Abnahmeprüfer für ihre ETCS-Level 2-Technik zu geben scheint. Aber vielleicht wird ja dieser Knoten noch durchschlagen, bevor dann der digitale Knoten in Stuttgart in Betrieb geht. Ich denke, es ist auch gar nicht ungünstig, dass hinter diesem Stuttgarter Projekt auch ein bisschen politischer Druck hinter ist, wo die Öffentlichkeit eben jedenfalls mehr drauf schaut als auf diese seltsame dreigleisige Strecke Stille Lüneburg. Dieses Projekt Digitaler Knoten Stuttgart, kurz DKS, hat einige innovative Anteile, die also erst noch entwickelt werden müssen. Unter anderem soll es ja so werden, dass der gesamte Kernbereich des Knotens als Level 2 ohne Signale ausgeführt wird. Das heißt, es muss also Zufahrtssicherungssignale geben, die dann nicht ETCS-geführte Züge draußen halten. Andererseits ist es natürlich in so einem Eisenbahnknoten ein bisschen schlecht, wenn dann ein Zug, weil eben die Aufnahme ins ETCS zum Beispiel gescheitert ist, dann vor einem Zufahrtssicherungssignal verrückt und dann da nicht weiterkommt und dann auch nicht umfahren werden kann. Deswegen hat man sich überlegt, dass man eine sogenannte dispositive Zufahrtssicherung erfinden möchte. Das bedeutet, dass also die Züge, die auf Stuttgart zulaufen, bereits relativ weit draußen im Außenbereich um Stuttgart herum ins ETCS aufgenommen werden. Sollte dieses Manöver dann scheitern, dann ist das bereits ein Hinweis, dass man sich den betroffenen Zug mal etwas genauer ansehen sollte. Und dann soll allerdings auch nach Erfolg der Aufnahme ins ETCS soll sich dann ein Apparat, die Wegmessfehler, die das Fahrzeug übermittelt, dann anschauen. Weil wenn sich herausstellen sollte, dass ein Zug zwar ins ETCS aufgenommen wurde, aber aus irgendeinem verstrahlten Grund immer am oberen Rand des erlaubten Korridors beim Wegmessfehler rumkrebs, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass er dann irgendwann aus der ETCS-Führung rausfallen würde. Und wenn das im Level 2 ohne Signalebereich passieren würde, das wäre etwas schlecht. Deswegen soll also im Zulauf auf den L2OS-Bereich geschaut werden, haben die Züge ein funktionsfähiges ETCS. Und wenn sie es nicht haben, sollen sie rechtzeitig vor Einfahrt in den L2OS-Bereich dann gestellt werden, an einer Stelle, wo sie dann auch möglichst wenig Behinderungen verursachen. Das ist also, was sich hinter dem Thema Dispositive Zufahrtssicherung verbirgt. Dann gibt es im Streckennetz Stuttgart 21 Stellen, wo man direkt aus dem L2OS-Bereich in einen Nicht-ETCS-Bereich rausfahren muss. Da stehen nur relativ kurze Verbindungsstrecken dann zwischen den Bereichen zur Verfügung. Das heißt, es ist ein fahrwegabhängig bedingter Ausstieg aus dem ETCS aus einem L2OS-Bereich heraus erforderlich. Das geben die derzeitigen Planungsregelwerke zu ETCS Level 2 noch nicht her und deswegen soll das entwickelt werden. Und was man im digitalen Knoten Stuttgart auch haben möchte, ist Teilblock am Bahnsteig. Also das, was die S-Bahn München in ihrem Stammstreikentunnel macht, nämlich sehr kurze Blockabschnitte, die jeweils durch Blockkennzeichen, Blechtafeln gekennzeichnet werden. Das möchte man also in Stuttgart auch haben, allerdings anstatt mit Linienzug-Beeinflussung dann mit ETCS Level 2. Und auch das muss also im Rahmen dieses Projekts digitaler Knoten Stuttgart dann entwickelt werden. Dabei wird übrigens auch dann die Frage zu klären sein, kriegt man diese dichte Blockteilung hin, ohne dass die Triebfahrzeugführer dann amok laufen? Weil nach dem jetzigen Stand der ETCS-Systemspezifikation wäre es so, wenn man einen vorausfahrenden Zug hat, der dann nacheinander die Teilblockabschnitte vor einem freifährt, dann würde es jedes Mal im Führerstand klingeln. Es kommt also dann der ETCS-Aufmerksamkeitston wegen Verlängerung der Fahrerlaubnis. Das dürfte also in erheblichem Maße nervig sein und deswegen ist wohl im Moment in Arbeit auf europäischer Ebene, ob man das für diesen speziellen Anwendungsfall dichter Blockabschnitte dann nicht auch wegbekommen könnte. Insgesamt hat die Deutsche Bahn bei diesem Stuttgarter Projekt also sehr die Leistungsfähigkeit in den Vordergrund gerückt. Es war zum Beispiel auch so, dass im Rahmen der Ausschreibung die Thales dann hier gewonnen hat, da mussten die Signalbaufirmen also darlegen, was denn die Laufzeiten sind, die ihre digitale Stellwerkstechnik und ETCS-Technik dann hat. Also die Zeit, die vergeht zwischen dem Einstellen einer Fahrstraße und bis dann die Fahrerlaubnis über das ETCS-Level 2 auf dem Fahrzeug ankommt. Das mussten die Signalbaufirmen darlegen, wie viel Zeit dann da vergehen wird, weil da möchte man nämlich schneller werden als zum Beispiel das etwas behäbig agierende ETCS auf der VDE 8. Ich hatte ja zum Beispiel damals, als ich das Video gemacht hatte, wo ich den Bremskurvensprung am Abzweig Esbacher See demonstrierte, da kamen dann von Praktikern Kommentare, dass also meine Darstellung in Zusi, dem Zugsimulator, ein etwas unrealistisches Bild der Wirklichkeit vermitteln würde, weil nämlich alle Komponenten viel zu schnell reagierten. In der echten Welt ist nämlich in so einer Situation, also Aufnahme eines Zuges in ETCS-Level 2 und dann Dunkelschalten eines Zufallssicherungssignals, da ist einiges an Pingpong erforderlich, also Nachrichten, die zwischen der Strecke und dem Zug hin und her gehen müssen, bevor dann also tatsächlich das Zufallssicherungssignal dann dunkel schalten kann und der Zug dann eine Fahrerlaubnis bekommt. Projekt VDR 8.3, Streckenabschnitt Leipzig nach Berlin. Dort ist ebenfalls die Planung der Anpassung der Alt-ESCWs ausgeschrieben worden. Ich hatte eben schon erläutert, was da alles gemacht werden muss, möglicherweise. Diese Stellwerke stammen also auch aus den 90er Jahren und entsprechen also nicht mehr bei den neuesten Versionen der Planungsrichtlinien für ESTWs. ETCS-Projekte Belgien nach Aachen-West, Niederlande über Viersen nach Köln und von Aachen nach Köln-Ehrenfeld. Habe ich jetzt hier mal zusammengefasst, weil irgendwie hängen die so ein bisschen auch miteinander zusammen. Für den Abschnitt von Belgien nach Aachen-West, da ist im Jahr 2020 die Erstellung einer Bauphasenplanung und eines Sperrpausen-Konzepts dann ausgeschrieben worden. Genauso für die Abschnitte von der niederländischen Grenze bei Vendlo nach Viersen und für den Abschnitt von Mönchengladbach-Reit nach Köln-Ehrenfeld. Für die ETCS-Ausrüstung von Vendlo nach Viersen, da ist man sogar so weit gegangen und hat bereits einen Bauüberwacher sich gesucht. Und in diesem ganzen Zusammenhang ist also auch erstmals dann erwähnt worden, ein künftiges neues ETCS-Projekt von Aachen über die Schnellfahrstrecke nach Köln-Ehrenfeld. Das ETCS-Projekt Dänemark-Flensburg, das ist also ein relativ kleines, überschaubares Projekt. Da geht es um ein paar Kilometer ETCS-Signal geführt von der Grenze bei Patborg bis nach Flensburg. Und das ist im Jahr 2020 vergeben worden an die Firma Siemens. Die soll das errichten. In der Zukunft soll es dann von Flensburg auch noch ETCS-geführt weitergehen, nämlich bis zum Rangierbahnhof Maschen. Dafür ist zuständig das ETCS-Projekt Flensburg-Maschen. Und da gab es im November 2020 dann eine drollige Bekanntmachung. Da fand nämlich das Projekt Flensburg-Maschen dann ein bisher nicht bekanntes, korrespondierendes Projekt. Vorplanung, Migration, L1-LS und L2 im Bereich Flensburg bis Maschen. Ein zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht bekanntes, korrespondierendes Projekt musste in der Planung berücksichtigt und in diese eingearbeitet werden. Der grundlegende Arbeitsauftrag bleibt weiterhin bestehen. Es steht hier leider nicht dabei, was denn dieses nicht bekannte, korrespondierende Projekt ist. Ich selber tippe übrigens darauf, dass es sich dabei um das ETCS-Stelle Lüneburg handelt, weil was ich nämlich an der Aufgabenstellung damals für diese Planung hier merkwürdig fand, dass also Stelle Lüneburg dort mit keinem Wort erwähnt worden war, obwohl unter anderem einige Balisenpärchen, die zur Strecke Stelle Lüneburg gehören, sich voll im Ausrüstungsbereich dieses Projekts Flensburg-Maschen befinden. Und was ich halt auch merkwürdig fand, die ETCS-Ausrüstung Flensburg-Maschen sollte also in der Ausfallgruppe Maschen-RBF enden und dann hätte irgendwie eine Ausrüstungslücke von zwei Kilometern oder so zur Strecke Stelle Lüneburg bestanden, für die irgendwie niemand zuständig war. Aber das geht leider aus dieser Veröffentlichung hier nicht hervor, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege, dass die also das Projekt Stelle Lüneburg einfach vergessen hatten. Ich würde so dermaßen feiern, wenn es tatsächlich so wäre. Naja. Es gab noch eine weitere Veröffentlichung des Projekts Flensburg-Maschen und zwar dieses hier. Um sicherzustellen, dass die Planungen ausschließlich auf Grundstücken der Deutschen Bahn AG stattfinden, mussten die aktuellen Grundstücksgrenzen ermittelt werden, da keine Fliemerspläne vorliegen. Der bereits gebundene Auftragnehmer muss parallel zu seinen Planungen sicherstellen, dass sich diese ausschließlich auf Grundstücke der DB AG begrenzen. Die einzelnen Planenden des Auftragnehmers können eigenständig und im Einzelfall prüfen, ob Grundstücke Dritter betroffen sein könnten und gegebenenfalls ihre Planung anpassen. Der Auftragnehmer weist zudem aufgrund seiner Ortsbegehungen um die örtlichen Restriktionen. Wird während der Planung kurzfristig eine Information benötigt, ob der Planungsbereich auf Grundstücken der DB AG liegt, muss der Auftragnehmer gegebenenfalls schnell reagieren können. Wenn diese Information erst von einem Dritten eingeholt werden muss, kommt es hier zu erheblichen Verzögerungen in der Planung. Gut, das ist also eine kleine Erschwernis, mit der sich dieses Planungsprojekt herumschlagen muss. Es wäre alles sehr viel einfacher, wenn die Deutsche Bahn AG die hier genannten Fliemasspläne beistellen könnte. Dann könnte man das einfach alles da daraus entnehmen. So, dann mal eben ein paar Worte zu ETCS-Strecken, die bereits in Betrieb sind. Am Erfurter Stern wurden dieses Jahr einige Sachen im Amtsblatt bekannt gegeben, die also die Leistungsfähigkeit steigern sollen und dazu führen sollen, dass bestimmte Auflagen aus der Zulassung dann mal entfallen können. Und zwar scheint auf dem Ast nach Eisenach auch so ein 740 Meter Güterzugprojekt zu laufen. ETCS-Ausrüstung Errichtung 740 Meter Gleisnutzlänge im Bahnhof Wutter und in Mechterstedt-Settelstedt. Dann die nächste Veröffentlichung. Anpassung der ETCS-Ausrüstung Knoten Erfurt Signal-Dunkelschaltung. Wenn man eine Nachbildung des Bahnhofs Erfurt in Zusi 3 kennt, der weiß, dass also im Bahnhof Erfurt im Inbetriebnahmezustand des ETCS kein Fahren nach fahrdynamischen Restriktionen projektiert war. Das soll also jetzt offenbar nachgefrickelt werden. Aus der Abnahmeprüfung Inbetriebnahme VDE 8 und der dazu vom EWA verfassten Inbetriebnahmegenehmigung Knoten Erfurt ergaben sich mehrere Forderungen, für die seinerzeit die Grundlagen im geltenden Vorschriftenwerk fehlten. In der Zwischenzeit wurde das Vorschriftenwerk entsprechend fortgeschrieben beziehungsweise angepasst, sodass die seinerzeit festgestellten Auflagenpunkte erfüllt werden können. Hierzu gehören Anordnungen Datenpunkte Typ 20, das sind Datenpunkte an Hauptsignalen, in den Gleisen 3 und 13 und 8 und 18. Bei diesen Gleisen hatte man im Inbetriebnahmezustand es einfach so gelöst, dass man gesagt hat, das ist kein ETCS-Bereich und ein Zug, der da hinfährt, der muss also vorher entlassen werden aus dem ETCS. Dann Entfall des Pakets 42 an allen Datenpunkten Typ 50. Der Datenpunkt Typ 50, das ist der Datenpunkt zum RBC-Wechsel, also an den Grenzen zwischen zwei ETCS-Zentralen. Das Paket 42, das ist das Paket zum Sessionmanagement, also da steht darauf gesagt die Telefonnummer des neuen zuständigen Radio-Block-Centers drin. Was das jetzt bringen soll, wenn dieses Paket entfällt, das müsste man mir ehrlich gesagt allerdings erklären. Lösung Regelwerkslücke Gleis 82 bis 87, das ist irgendwo im Bereich Erfurt-Güter-Warnhof. Anordnung Datenpunkt Typ 20, das ist wieder der Datenpunkt an Hauptsignalen und NE14 und Umsetzung Change Request 319 nach technischer Mitteilung 2.2019-1042 der Abteilung INPS 3. Fragt mich jetzt nicht, was da drin steht, wüsste ich auch gerne. Die Bereinigung der Auflagen erfordert eine Anpassung im RBC Erfurt, neue Software. Ja, dann wird es also wohl in Zukunft so sein, dass wir dann auch im Bahnhof Erfurt fahren nach fahrdynamischen Restriktionen haben und auch an den Regionalbahnsteigen, diese kurzen Bahnsteige 3, 13, 8 und 18, dass die auch dann mit ETCS ausgerüstet sein werden. So, und da hätte ich jetzt fast vergessen, es gab im Jahr 2020 auch noch eine Veröffentlichung, Auftragsänderung aufgrund Grenzlasterhöhung für Güterzüge auf der VDE 8.1, dafür eine ETCS-Anpassung. Die Strecke Erfurt unter Leiterbach ist ja zur Einsparung von Investitionsmitteln damals mit einigen Abschnitten gebaut worden, wo die Strecke bis zu 20 Promille geneigt ist, anstatt der ansonsten im Rest der Strecke üblichen 12,5 Promille. Diese Abschnitte sind zwar nur maximal 1000 Meter lang, aber sie führten im bisherigen Zustand zur Senkung der Grenzlast von Güterzügen. Und deshalb wurde die Firma Siemens, die das ETCS auf der Strecke gebaut hat, damit beauftragt, eine signaltechnische Änderung vorzunehmen, so dass keine Signale sich mehr innerhalb dieser 1000 Meter 20 Promille Abschnitte befinden. Ich habe mir das in einem Fall mal angeschaut, was dort gemacht worden ist, am Tunnel Augustaburg von Erfurt kommend. Da befand sich das Gatesignal für das Tunnelbegegnungsverbot vormals genau innerhalb eines solchen 20 Promille Abschnitts. Dieser Signalstandort ist jetzt verlegt worden und befindet sich jetzt vor dem Beginn des 20 Promille Abschnitts. Diese ganze Maßnahme ist, soweit ich das mitbekommen habe, bereits im Jahr 2019 erledigt worden, allerdings ist die Veröffentlichung im EU-Amtsblatt erst im Jahr 2020 dazu erfolgt. Das bedeutet natürlich, dass ich auch noch eine kleine Hausaufgabe an Land gezogen habe, um diese Grenzlasterhöhung dann auch in der Zusi-3-Umsetzung der Strecke nachzuturnen. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Schritt 1 wäre schon mal, dass ich irgendwie versuchen muss, sämtliche geänderten Signalstandorte zusammenzukriegen. Anders als die Firma Siemens kann ich allerdings schlecht die Hand dafür aufhalten. Die haben ja, wie man hört, wohl eine Million Euro für diese Heldentat bekommen. Jo, jetzt kommen wir so langsam dann zum Ende. Also keine neue Nachrichtenlage aus den Ausschreibungsaktivitäten gab es für die Projekte Wendlingen-Ulm. Wobei ich da sagen muss, bei diesem Projekt gilt wahrscheinlich, keine Nachrichten sind gute Nachrichten. Ich schätze, das wird durchlaufen. Das ist also die neue Schnellfahrstrecke über die Schwäbische Alb. Dann gab es nichts Neues zu der Investitionsruine der Firma Ansaldo, Projekt PostNord und Lückenschluss PostNord, also der Anschluss des Ganzen an den Korridor A. Tschechien-Schirrmdingen, nichts Neues, Knappenrode Horka, nichts Neues, Belgien nach Aachen Hauptbahnhof, nichts Neues, VDE 8.3 Abschnitt Halle-Bitterfeld, keine Neuigkeiten, VDE 9 Dresden nach Korswig, nichts Neues, Lückenschluss Zero B, nichts Neues, da geht es also darum, von Nassenheide dann irgendwie rund um Berlin sich an die VDE 8 anzuschließen und zum Lückenschluss VDE 8 nach VDE 9 ebenfalls nichts Neues. Dann etwas aus dem Bereich Basisinfrastruktur, und zwar war es dann im August 2020 soweit, dass die DB Netz dann gesagt hat, wir haben inzwischen jetzt so viele ETCS-Zentralen, wir brauchen jetzt mal ein Online Key Management Center. Da geht es also darum, eine ETCS-Zentrale kann ja nur mit den Fahrzeugen kommunizieren, wenn sie deren kryptografische Schlüssel vorliegen hat. Ansonsten kann das Fahrzeug nicht in die ETCS-Führung aufgenommen werden. Damit kann man natürlich Fahrzeuge, die keine Zulassung zum Beispiel haben, dann auch aktiv draußen halten. Dafür ist das also unter anderem auch nützlich. Und offenbar war es also bis jetzt so, wenn also neue Schlüssel in die Zentralen eingespielt werden mussten, dass das möglicherweise durch Tour-Tru-Netzwerk dann irgendwie passiert ist, dass irgendeiner mit einem USB-Stick die ESCW-Unterzentrale und das RBC aufgesucht hat, um die neuen Dateien da einzuspielen. Da will man jetzt also irgendwie eine netzwerkfähige Lösung dann für haben. Das Online-KMC soll das manuelle Verfahren automatisieren und die heute noch sehr langen Bearbeitungszeiten von der Beantragung neuer Schlüssel bis zur Einspielung in die Fahrzeuge und RBCs drastisch zu verkürzen. Nach dem organisatorischen Vorlauf von wenigen Tagen Beantragung neuer Schlüssel gegebenenfalls Neuregistrierung von Fahrzeugen soll die Erzeugung und Verteilung der Schlüssel online, das heißt sofort erfolgen. Weitere Verbesserungen des Online-KMC gegenüber dem heutigen Offline-Verfahren Einführung standardisierter und aktueller Security-Verfahren. Die Einführung eines Online-KMC stellt einen wichtigen Baustein für die Umsetzung eines generischen Security-Konzepts dar. Die Erarbeitung und Umsetzung eines solchen Konzeptes wird für die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben benötigt. Aha. Deshalb wird auch eine Zertifizierung nach IEC-Norm 15408 angestrebt. Die derzeit verwendeten und veralteten symmetrischen Transportschlüssel werden dabei abgelöst. Ja und dann letzter Punkt eine Ausschreibung die zu keinem Ergebnis geführt hat im Dezember 2020. Das Eisenbahnbundesamt wollte am Standort München ein ETCS-Labor einrichten mit einem Fahrsimulator. Forschungsprojekt DSZF Entwicklung ETCS-Labor Es soll ein ERTMS ETCS-Labor in der Außenstelle München Sachgebiet 226 des Eisenbahnbundesamtes eingerichtet werden. Das Labor beinhaltet die Simulationsmöglichkeit aller notwendigen Infrastruktur- und Fahrzeugkomponenten des europäischen Zugsicherungssystems ETCS und die Möglichkeit der Anbindung realer ETCS-Hardware. Dazu gehört auch ein rudimentärer Fahrsimulator mit den wichtigsten Führerstandsanzeigen und Bedienelementen, um projektierte Strecken direkt abfahren und damit verifizieren zu können. Naja und dann hier unten allerdings der Vermerk ein Auftrag los wurde vergeben. Nein, wegen sonstigen Gründen. Einstellung des Verfahrens. Was auch immer das jetzt heißen mag. Vielleicht gab es niemanden, der das dann tatsächlich anbieten konnte oder wollte oder vielleicht hat das Eisenbahnbundesamt auch gesagt, wir machen einfach eine freihändige Vergabe und kaufen uns eine ZUSI-Profi-Lizenz um an einem rudimentären Fahrsimulator dann Strecken abfahren und verifizieren zu können. Nein, glaube ich nicht. Kleiner Scherz. Ja, das war es dann jedenfalls. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fandet das interessant und dann sehen wir uns demnächst auf dieser Welle. Tschüss!